es ist die Fledermarsie gut erkannt Batman ist hier um mit euch zu spielen zu reden der da hinten ist bewaffnet der da hinten ist bewaffnet, lasst den doch in Ruhe dann sollte ich um den Ding kümmern jetzt nimmt der andere die Pistole oh Leute könnt ihr mal aufhören immer mit euren Waffen hier rum zu hantieren das hätten wir ähm hier rein jetzt hier 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 Firefly hat die Brücke mit Sprengsätzen versehen zeig dich legen sie los nein, rufen sie sie zurück wenn Firefly die Bomben zündet werden unzählige sterben diese Leute sind wegen dir in Gefahr es geht um dein Kopfgeld gib einfach auf ich werde Firefly selbst schnappen schicken sie niemanden los bis sie wissen dass es sicher ist du hältst dich da raus hörst du mich? ok, was jetzt? hier hier wo hier 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 ju Sehr gut. Wir sind ungesehen an Gordon vorbeigekommen, da er gerade noch beschäftigt war. Nein. Ich brauch die Batclaw. Äh. Ach da. Vor mir eine Leiter. Die ich nicht gesehen habe. What? Hä? Hier war ich doch gerade schon. Ah, so. Die Dämpfe. First here. Okay. Komm schon, Baddie-Boy. Und hier hoch. Das sieht gut aus. Da ist noch, halt, warte, gerne mal runter. Da ist noch was von dem Nigma. Wo ist denn da unten hin? Die Bomben haben den Zeitschalter. Wenn wir die Schafen machen, haben wir genug Zeit, die Brücke zu verlassen, richtig? Ja. Hast du den? Ich will. Was soll? Nee, den von eh keinen. Aber weißt du, dass die anderen Jungs nicht Bomben scharf machen? Das muss uns nicht sagen. Da war es ich gar nicht nachgedacht. Ich muss eine der Wachen dazu bringen, mir zu sagen, wie viele Bomben Firefly hat und wo sie sind. Oh, scheiße. Oh, shit. Ich muss den unbedingt loswerden. Vielleicht werden mir dann die Sprengsätze angezeigt. Oh, shit. Ich sehe ja leider... Oh, ne. Ich sehe leider ja nicht mal, wie viele... Eine Notfall-Situation. Bitte evakuieren Sie die Brücke. Das ist ein automatischer Alarm. Wie viele es sind. Und wo genau sie stehen. Ich kann ja eigentlich jetzt nur die, wie ich... die ich so sehe, ausfindig machen. Und eben den mit dem Störsender. So, mein Freund. Aus die Maus! Ah, ein bisschen hat es mich getroffen. Ich muss jetzt mal aufhören mit deinen Granaten. Das gefällt mir nicht. Das nervt. Kalöle. Oh, oh. Oh, cool. Den kannst du ja auch schön... äh... verkleben. Okay. Das bringt nichts, das bringt nichts. Hau ab. Oh, da. Ah, shit. Das hat mir jetzt sehr, sehr viel abgezogen. Da werden nicht die Minen an. Ne? Doch. Da wurde mir doch gerade was angezeigt. Was mit dem Ding? Geht das auch hoch? Ja. Ah, doch. Man kann sie sehen. Hier ist keins. Aber alle, die in der Mitte hier sind. Überall da ist eins drauf. Hallo, mein Freund. Moment. Du musst mal ganz gut schlafen gehen. Okay. Ähm. Ja, die stehen wieder zu eng beieinander. Oh, komm. Müsst ihr jetzt im Rudel rumlaufen? Ernsthaft? Ich würde gerne erst alle, die oben rumlaufen, säubern. Oh, das war... Okay, wo lögst du hier hin? Hey, bei dir alles okay? Ja, bei dir alles okay. Alles gut. Nichts der Rede wert. Überall ist alles okay. So, die Bombe hat einen Spreng. 15 Tonnen TNT und kann durch einen Zeitschalter oder per Fernsehung detoniert werden. 15 Tonnen! Scheiße. Der ist hier. Jetzt ist er still. Okay, 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 mal. Ah, cool. Äh. Wo bist du denn? Hallo? Hello. Ah, don't. Nein! Betty Boy! Rette dich! Dankeschön. Das wär's noch gewesen jetzt her. Muss er? Wo bist du denn? Hallo? Was ist mal los? Der muss irgendwo hier unten doch stehen, oder? Der ist zum nächsten Aufgang oder zum nächstgelegenen Flammengrund. Da ist er. So. Wie viele Bomben sind auf der Brücke? Vier! Vier! Eine hier! Eine direkt über uns! Auf der unteren Ebene der Brücke! Und hier eine an jedem Ende der Brücke! Das sind die großen! Das sind alle! Ich verspreche rechts! Und ich verspreche dir einen festen Schlaf. Vier Bomben auf der Brücke! Die größten an jedem Ende! Ich muss diese Bombe entschärfen, bevor ich mich um den Rest kümmere! Oh Gott! Ich hoffe mal, dass es geht gut, Batman! Lass es jetzt nicht sehen! Oh Gott! Nein, ich will nicht unter Zeit drücken! Oh Gott! Oh Gott! Puh! Im Bahnhof! Muss ich hier irgendwo durch die Tür durch? Wo war die denn? Da war eine Tür. Zugang zum Wartungsaufzug! Dann fahren wir mal müder eine Runde mit dem Aufzug. 52 Landstelle! Die Person hat eine Gasleitung mit einem Klammerwerfer getroffen! Feuer am Nordende! Verdammt! Ich öffne die Feuertür für den Bereich! Die Geisel zu schützen! Oh! Oh! Okay, lass mal sehen Hier habe ich was für die Schockhandschuhe Ich schätze mal, damit kommt der Aufzug Nach oben So ist er Nein, das brauche ich Einen, welchen treffe ich damit? Die freundliche Fledermaus Au, what the hell, was hat der denn da? Ach, das sind solche Elektroschopper Ja, okay, da kannst du den Gegner nicht frontal angreifen Das tut Batman etwas zu sehr weh Leg die Kanone weg Okay, das sind die letzten zwei Der letzte, besser gesagt, den anderen habe ich schon kaputt Ich habe dir gerade den Arsch gerettet Aber ist okay Wenn du lieber aufs Maul willst, habe ich auch kein Problem mit Da helfe ich dir gerne bei Die Bombe ist sicher, äh, Mr. Firefly, Sir Firefly hat seine Geiseln in einem Waggon voller Sprengsätze gesperrt Äh Ja, guter Plan Ich muss überhaupt nichts, Lady Was ist los? Willst du nicht hochgejagt werden? Wir sind Tiere Wir sind Tiere Fuck Ich hole sie da raus Was ist er denn jetzt? Oh, das ist ein paar mehr Ähm Ja, geh doch mal weg da Blöder Pfosten Ich glaube es waren vier Wartungspersonal bitte zu Fektor 5 Vier Gegner dürften es gewesen sein Ja Vier Stück Bleiben Sie bitte ganz ruhig Gute Nacht Sei ruhig Auf Okay, der letzte ist da hinten Komm, lauf weiter Und gute Nacht Wunderbar, bleibt nur noch einer Ach komm Keiner hat mich gesehen Und du schon jetzt Was soll denn das? Bravo 2 Die Ursache der Explosion war ein Tankwagen auf der Brücke Schwere Schäden, aber keine Verletzten Okay, halten Sie mich auf dem Laufsitz Ich bin sehr unfassend Keine Ahnung Aber diese Türen hat er ganz schön vermöbelt Ah, wie soll ich das jetzt machen? Könne ich hier durch? Ich muss da irgendwie rein Ah, da unten ist die Tür Oh, hier hoch Okay Okay, jetzt wieder nach oben Weil da oben drüber war doch irgendwas Ja Die Bumpe Ich bin doch schon dabei Aber ich brauch dazu Ruhe Ansonsten fliegt ihr alle in die Luft Halt die Schnauze Und mich konzentrieren So Bitteschön Das muss Gordons Feuertür sein Gordon, öffnen Sie die Feuertür im Zugdepot Damit ich Fireflies Bombe am Nordende der Brücke entschärfen kann Raus aus dieser Frequenz, sofort Hören Sie Ich kümmere mich gerade um die Bombe am Südende Sorgen Sie dafür, dass die Tür offen ist, wenn ich wiederkomme Lass mich meinen Job machen und bleib mir aus dem Weg Verdammt Alfred, die Feuertür versperrt mir den Weg Ich brauche Coats, um daran vorbeizukommen Die Polizei sollte die Coats haben Vielleicht kann Captain Gordon Gordon weigert sich Ich bin auf dem Weg zur anderen Bombe Besorg mir diese Coats, bis ich fertig bin Verstanden, ich tue mein Bestes Äh In Schärfe die Bombe am südlichen Feiner Ähm Bäm, bäm, bäm Muss ich jetzt Die Bombe, die gerade über euch war, ist Putt Ich glaube, ich muss jetzt hier lang Vorher machen wir aber noch den Stufenaufstieg Ähm Schildkonter Sehr schön Okay, hier sind wir auf jeden Fall richtig Okay, hier kann ich dann wieder die Tür öffnen So, einmal Oh, scheiße Oh, ne Hallo, kannst du mal da hoch? Batman? Ich hab gedacht, du kannst da drüber laufen Ja, und wie willst du das jetzt hier machen? Na, hier kommt er nicht weiter Wo soll ich jetzt hin? Ich hab jetzt Angst, wenn ich gleite Ah, okay, gut Da kann er sich festhalten Einen Moment mal Da unten bewegt sich jemand Könnte der Batman sein Verfolge die Person Sehr gut Bleibt ihr am Bus Wenn Firefly für die Person sind Könnte er die Bombe zütteln Verstanden Ähm Ah, hier ist was Wir danken für ihr Verständnis während der Feiertage Wir alle von Gotham Transit wünschen Ihnen ein frohes Fest Und jetzt nach oben Oh, Gott sei Dank Ich glaub, wir haben's geschafft Ah, Scharfschütze Drei Gegner Machen wir mal schnell zwei draus Oh, Gott Okay, wie mach ich das jetzt? Wie schalte ich euch aus? Komm schon, komm schon Sehr gut Um Ah, shit, ich hätt ihn jetzt geräuschlos ausschalten können Macht nichts, so geht's auch Schließe eine Jägerbegegnung ab, ohne gesehen zu werden Hat das jemand gesehen? Oh Was ist mit denen? Auf der Straße existiert What? Nein, 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 ich bin ein Schatten Ich bin ein Schatten, ich existiere gar nicht Ah, die Pfoten weg Aua Ah Ah, schade Komm, wurde doch noch abgebrochen Hörst du? Auf, auf, mich zu Schießen Au Au Okay Da soll ich definitiv nicht gegenrennen Mit deinem blöden Elektroschocker Oh, Schocker Das hätten wir Und hier ist die nächste Bombe Kriegen wir hin Hoffe ich Die erste haben wir Zweite Ich weiß, was rauskommt Feuerteufel, oder? Jawoll Okay, hier geht's nicht weiter Dann hier wieder zurück Allerdings hoffe ich, dass der Rückweg etwas leichter wird Sir, ich habe die Codes, nach denen Sie gefragt haben Gut, ich melde mich, wenn ich an der Tür bin Sie sollten auch wissen, dass die Geiseln, die Sie befreit haben, entkommen sind Sie erzählen Geschichten von dem Helden, der Sie gerettet hat Ich möchte keinen Lob, Alfred Das dachte ich mir Es ist so schwer, einmal gute Laune zu haben, Sir Ja, für Bruce schon Das ist so schwer, einmal gute하 Und das war auch nicht Ich система Das war nicht jederzeit